Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das heißt, dass du dich mit dir bist für die anderen, dass du geduldig bist für die anderen und auch sanft mit dir. Das bedeutet, was soll ich das sagen? Schrecklich reden, schrecklich sehen, für die andere Person. Wie im 14. Jahrhundert sagt es, und dann sind wir mit Leid erfüllt, und das ist ein vollkommenes Kleid. Das ist eine vollkommene Kleidung, die wir können haben. Und das ist eine Art Entragerie, das ist, was uns fehlt, um in Beten abzuwachen. Und als ich hier nicht von der und der Umgünfte Ordnung versuche, von der üretelte Kleidung, was mir wichtig ist, ist, dass wir klar haben, mit dem wir uns antragen, was uns überhaupt nicht anbringen. Und die Bibel redet gerade von antragen. Nein, in Vers 4, Vers 24, da sagt es, Trage dem nie ein Mensch an, der von Gott gemerkt ist. So an es schärf ist auch von Gott gemerkt. Aber das nie ein Mensch, das ist das, was wir kriegen, der sich an das alte Mensch übertragen. Und wenn wir hier wollen sagen, die wird noch Gott sehen, die richtig hat gemerkt ist, dann werden wir nun mal ein bisschen checken, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit an uns ist, wer wir wirklich sind. Und das schreibt meine Frau von da an, hast du klar, dass die andere Mensch übertragen hat? Wenn es, wenn wir die Ola nicht haben, dann können wir noch proben, die nicht anzutragen, und wir werden nie schaffen. Wenn es, wenn du da bist, dann kannst du nicht leben haben. Und da glaube ich, ich habe alle Menschen alle ausgefangen. Die Zeit, was du ganz doll bist, dann hast du das schöne Leib anzutragen. Die muss erst aus, die wird, und dann kannst du das Leib anzutragen. Da werden es dann nötig, dass wir die Erinnerung haben, und dass wir weiter, dass wir ausgetrocknet sind, und dann können wir uns anzutragen. Und diese Art Anzutragen, da hat die Däuner mit eine Gerachtigkeit, so eine, was für Gott jährlich ist. In Vers 1, Vers 13, Vers 17, hier redet es auch weiter von Antragen. Tragen diese rechte Dinge an. Und hier sagt es, erstens, Hier sage ich, ein Teufel. Wir brauchen diese Wahrheit anzutragen, so eine Wahrheit zu leben. So, und wenn wir eine Wahrheit leben, dann sind wir im Licht. Dort ist, wo wir keine Säune, wo die Wahrheit ist. Wenn wir im Diesten sind, dann wissen wir nichts von, was alle ist. Was alle Wahrheit ist. Wenn es erst da ist, dann ist uns die Wahrheit klar. Und das ist, was wir brauchen anzutragen, dass wir im Licht wohnen und klar sind, dann haben wir die Wahrheit, und dann Nummer 2, die Gerachtigkeit. Das brauchen wir anzutragen. So, hier sind eine Art Kleider, wo ich von rede, was wir anzutragen, dass wir anzutragen. Und dann sage ich es, und nur dort, dann kommt diese Gouden-Norricht von Fried. So, hier sind zwei Wörter. Einen ist Fried, und das ist die Gouden-Norricht. Die werden wir anzutragen. So, was meint das, wenn wir die Gouden-Norricht von Fried anzutragen haben? Das ist eine Friedens-Norricht, und das wird ein anderer Mensch Frieden geben. So, kennen wir dort, kennen wir so eine Kleiderdrehung, wo ein anderer Mensch Frieden kriegt. Dann rede ich nicht von den Kleider, die wir eben am Charpa streiten, dann nehme ich von den Kleider, was wir Ramm ans Leben haben. Was angenehm ist, nicht bloß das. Dann checkt wir nicht mit den Üben, so sei er aus wie morgen dort, dass ein Mensch es angetragen hat, und Frieden, was wir feilen können. was wir beleben können. Und dann, sage ich dir das Nächste, dann sage ich dir noch, eine Beschützung von Glauben haben. Was meint das? Unsere Glauben, nicht auf die Übelgekleider, aber auf uns anzutragen, auf uns leben Port, was wir angetragen haben, da ist uns Schutz für all die andere Dinge, all die teuflische Macht. Und dann sage ich es noch, ein Helm des Heils. Was meint das? Ein Helm, das meint ein Ding, über den Kopf streiten, was uns beschützt hat, dass keiner kann uns im Kopf betonen, ja? Und das ist das Heil, ans Kopf, ans Haupt, das soll beschützt sein, der ich wollt. Der ich den Glauben, der ich den Frieden, der ich die Erachtung habe, durch die Erachtung habe, durch die Erachtung und Heil, wo wir gleich nicht können sein. Und das ist, was wir antragen sollen. Und dann, das nächste, haben wir die Kraft vom Geist. So, hier sind lots of Kleider können sein, was wir antragen sollen. Und dann ist das Wort Gottes, und das redet von Gott's Wort. Und das meint nicht bloß die Bibel lesen, aber wie sie alle antragen sollen, um das Gott's Wort. So, ans Rot, ans Jenstand, jene teuflische Macht, alles soll Gottes Wort uit ons rüttachen, ja? Das ist die Sorteantragerei, was Gottes Wort leeren wird. Gelder 3, Vers 27, all die, die tof sind, haben Christus angetragen. Dort sind und, als dort, hier sage ich, das in Jüd oder in Griech, er kann sein, als dort ein Brunner oder ein Wettermensch ist, als dort ein Schwart oder ein Jelermensch ist, dort hält sich kräg glück, wo uns ütterlich sind, wort von die Kleider wir haben, aber Christus antragen, da wird der reinwaschen. Tofen meint reinwaschen, ja? Dort wird Tofen meint unerdücken, er wird unerdücken, das wird die Tofen haben. Anders sagt es, wer begrüft ist, das meint unerd gerufen. Und das ist ein Beispiel, das meint nicht, dass wir unbedingt mal unerdückt worden, oder unerdückt worden, was das meint ist, wir können mal Christus antragen, weil wir durch den Glauben gerendig sind, verhebt sind, und das ist ein don't, an wovon man sich das handelt. So diese Tofen redet von den anderen Kleidern, den anderen Antragen. Erste Korinther 50 und 54 hier redet noch von einem Kleid, das nicht verfüllt hat, so das ist ein Kleid, das nicht stofft, das ist ein Kleid, das die Wahrheit gedacht, so das ist ein Kleid, was grobhaft jene sind. So in das Kleid ist Jesus Christus, das ist ein Kleid, was wir antragen sollen. Reimer 13 Vers 14 Lohd jund das Licht antragen, so wir mit Christus antragen sind. So das redet alles von die jeselige sorte von antragen. So ich will hier Schluss machen. Wir haben eine halbe stund an Beden. Himmlische Vora, wir danken die von dir und für so du hast gemerkt hast. Und wir danken die auch für Mann und für uns. Und wir danken die für und die Tröcke haben. Die Menschen werden die lieben für die Kleid, die wir jetzt in die Brücke haben. Die Menschen werden mit uns dass wir die Gäste aufzenden und dass sie die Wellen sind. Und dass wir so ein Leben hier vieren werden, dass andere Menschen werden für die, nicht nur uns. Dass wir niemals durven so eine Kleid anzetten, dass Menschen uns lieben, vielmehr, dass wir Gott loven würden, dass wir die loven würden. Herr Jesus sie mit uns, mach uns die Augen auf und leid uns in Jesu Namen. Amen. Applaus Wieinação Beinung Aus Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018